Eine weitere Methode des Abnehmens ist die Racklernmethode. Dafür benötigt ihr wieder die Deckernadeln, aber diesmal den Zweierdecker. Ihr hängt den Zweierdecker auf der rechten oder auf der linken Seite ganz am äußersten Rand ein, nehmt die beiden Maschen auf die Deckernadel und versetzt nun die Nadel 1 nach innen, sodass die Randmasche einmal belegt ist und die vorletzte Masche doppelt belegt ist. Ich zeige es euch noch einmal. Mit der Deckernadel 2 Maschen abnehmen, 1 nach innen hängen, die Randmasche ist einfach belegt, die abzunehmende Masche ist doppelt belegt. So nehmt ihr immer eine Masche ab, aber es gibt einen saubereren Rand.